Musik Lotta ist mit ihren Freunden den ganzen Nachmittag durch den Garten gelaufen. Plötzlich beginnt Lotta zu zittern. Sie hat großen Hunger und sie verhält sich ganz anders als sonst. Geht's nicht gut? Mir geht's nicht gut. Du bist doch Diabetikerin. Setze die Person hin und gib ihr etwas Zuckerhaltiges zu essen oder trinken. Am besten eignen sich Traubenzucker oder Fruchtsäfte. Hole zusätzlich Hilfe und wähle den Notruf 144. Führe Basismaßnahmen durch, sorge für eine angenehme Lagerung und für frische Luft. Decke die Person zu und bleib bei ihr. Führe Basismaßnahmen durch, sorge für eine angenehme Lagerung und für frische Luft. das ist ein Gebl amounts derGolden Spielarten. Jawohl! Kürz & Eikonkel Führe boobs